Jo Leute und willkommen zu einem neuen random Steam-Game. Wie ihr gerade seht, bin ich gerade auf meiner Steam-Page und wir fragten sich sicherlich, warum bist du nicht einfach direkt im Spiel drin? Nun, ich brauche ein bisschen Kontakt erstmal. Und zwar war ich mal mit Martendo Late Night in einem Call, was man halt so Late Night macht. Kommt mal ein bisschen, talkt mal so ein bisschen Müll. Und dann irgendwann kam es dazu, dass mir Max auf Instant Gaming ein Spiel für 7 Cent oder so geholt hat. Und er hat mir gesagt, ich soll es spielen. Mindestens 10 Minuten soll ich spielen. Es soll anscheinend ein richtiges Drecks-Game sein. Ja, wird auf jeden Fall cool. Und ich werde das Spiel jetzt nur für Max spielen. Falls wir überhaupt noch Freunde sind. Und ähm, ja, wo ist das Spiel? Nun, ähm, es ist schon eine Weile her. Ich wollte es scheinbar schon früher aufnehmen. Es ist ganz hier hinten. Simulator Gas Station. Was ist das? Sieht so crappy aus. Und vor allem, wenn man hier drauf geht auf das Spiel. Und dann sieht das einfach so aus. Richtig hässlich, richtig langweilig. Hätte man ein Steam-fremdes Spiel zugefügt, ja. Und dann, wenn man auf die Shop-Seite geht. Nichts. Die Seite gibt es nicht. Einfach Black Screen. Das ist es. Das war's. Es gibt nichts. Black Screen. Hier ist nichts. Ja, und dann komme ich wieder zurück zum Hauptbildschirm. Also zum, äh, zur Shop-Seite. Ja, gibt es nicht. Äh, wir starten das Spiel. Ich will nicht. Aber wir machen es jetzt. Simulator Gas Station. Weil, was sind so mein Namen? Warum nicht Gas Station Simulator? Nein, Simulator Gas Station. Und dann nur Simulator großgeschrieben. Okay. Das Bild sieht schon so hässlich aus. Hoffentlich wird meine Resolution nicht abkacken. Kein Virus, please. Oh, what the fuck. Warum ist das so gleich rechts? Ich hab das jetzt extra hier im, äh, Bildschirm. Oh, okay. So, alter. Wie schlecht das aussieht. Das sieht man jetzt nicht, weil mir eine Cam davor ist. Aber hier, wow. Ja, komm, ich will hin. Neh, wir nehmen Englisch. Game in Englisch. Okay. Dann, äh, Music Center. Noise of Freeway. Okay, accept. Hä? Okay. Ähm, geh mal wieder auf die Seite. Hallo. Bin jetzt wieder links. So, ähm, New Games. Play Safe Statistics Setting. Seitfahrtor GO! Hopp! Hopp أن Coca-Cola! Hi moi! 견u ... Jason Schott. Okay, cool. Sieht voll schön aus, weißt du? Ja, das sieht so schlecht aus. Play... Was? So, hier ist ruhig das Spiel! Was ist das? Ihr könnt jetzt die Owen glieden. Ich mach' nicht. oh man ich kann ich kann nichts machen kann ich irgendwie bewegen irgendwas dsd leertaste xy pfeil tasten es geht gar nichts es geht nicht next 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 work place service shop windows orders das sieht man gar nicht mehr oh fuck specified data 1 type gas null calculation you have entered incorrect data ok cool was ist nie gewollt money back zero next 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 i don't get it was passiert ich bin stark oh jorge ist so schlecht 7 cent ist wirklich schon zu viel dafür this game is okay moment orders for one 92 1330 price 98 3 35.000 bull sale amount calling the tanker ich check dieses scheißspiel einfach nicht what the fuck ist das shop buy 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 bought buy you took a loan in order bank was ich habe jetzt die bank gekauft also die lotte noch mal nicht und ist so wie available ok 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 hatten wir haben wir nur die beiden bitte stopp warum fühle ich mich gerade als welche auf der autobahn ich habe kein ich habe minus money ich weiß nicht was ich mache was das für ein spiel warum kommst du wieder sieben cent ist viel zu viel dafür das hätte nicht mal null cent wert gewesen das ist einfach verschwendung deiner lebenszeit genauso wie dieses video hier deshalb tue ich euch einen gefallen und ich schließe es wie wir 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 Bis zum nächsten Mal.